Jawoll hier, kleiner Bastard, du. Ey, wir haben schon wieder saumäßig viel... Hatten saumäßig viel Patronen wieder, ey. Okay, wo sind wir jetzt? Oh, das ist wirklich nett hier. So, mal hier runter. Finde den versteckten Gang. Ist ja nicht gerade schwer, ne? Wir kriegen ja alles angezeigt hier. Nein, ey. Wir kriegen ja alles angezeigt, du Lümmel, ey. Es muss einen Weg geben, es zu aktivieren. Und was ist jetzt? Natürlich ist es der. Wir kriegen natürlich alles vorgekaut hier. Das finde ich auch ein bisschen doof, dass wir jetzt alles einfach so hier gezeigt bekommen. Wie können diese scheiß abgefuckten Tiere überhaupt hier leben, ey? Ohne Witz, Mann. Die finden hier... Ey, wie oft kommt denn hier mal ein Mensch vorbei, wo die dann auf... Wow. Auffressen können. So gut wie nie. Wow, jawoll hier. Der ist richtig mutig, der Jason, Prouty. Da ist auch noch eine Schlange. Ah, was für Augen ich habe hier, ne? Okay, okay, okay. Bitte Munition, bitte Munition, Munition. Ah, Mann, warum kriege ich keine Munition? Ich habe kaum Munition. Ich habe noch ein ganzes Magazin voll und einen Schuss. Ah, genau. Den Daumen könnten wir mal wieder richten, hier. Warum habe ich kein gutes Gefühl dabei? Ich habe auch kein gutes Gefühl bei so einem wackeligen Teil. Oha. Jetzt bloß nicht... Ey, beweg dich nicht. Ich gucke nicht so rum. Ich habe gesagt, bleib stehen. Oh, what the fuck? Wie geil ist das denn, ey? Wow. 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 Oh, nein, nein, nein. Oha, das war knapp. Oha, das war knapp. Ey, alter. Oha, habt ihr gerade den Arm gesehen? Oha, alter, wie geil wir sind, ey. Ey, dafür hätten wir locker jetzt einen neuen Tatau bekommen, ey. Für Mutigkeit und auch, dass wir so ruhig geblieben sind jetzt bei so einer Aktion, alter. Ich hätte geschrien wie ein kleines Mädchen. So, ah, ah. Ah. Na, da komme ich sicher nicht raus. Wo ist diese Spinne? Äh, die Schlange. Ah, da. Alter, die steht direkt vor mir, alter. Und ich, ich lappen... Ich sehe die einfach nicht. Oha. Habt ihr das gesehen, alter? Heftig, alter. Äh. Bitte halte, bitte halte noch. Du hast noch 10 Millionen... Du hast, was weiß ich, ein paar tausend Jahre gehalten. Und jetzt kannst du bestimmt noch so 5 Minuten oder so halten. Lappen, du, ey. Aber komm, wir häuten das Tier mal hier. Alter, du tötest hier Menschen oder sowas, ne? Aber ein Tier aufschützen kannst du nicht, oder was? Wie der rumheult, ey. Ey, wie geil, alter. Wie geil das aussieht. Ich fühle mich ohne Witz. Ich fühle mich wirklich so, als wäre ich wirklich live hier drin gerade, ne? Geht in dem... Also, würde ich gerade aussießen. Ein weiteres Kompass-Teil. Das führt hier alles ein. Ah, und jetzt schnell hier. Raus. Oh, das ist aber super. Habt ihr eben den Fell gesehen? Der hat ja auf einmal immer die Waffe in der Hand. Alter, heftig, deftig hier, ey. Und springt. Jawohl. Wir werden hier noch heil rauskommen. Wir werden hier reil rauskommen. Boah, alter. Ich nehme hier jetzt schon fast eineinhalb Stunden auf. Und man merkt... Man merkt das schon langsam an meiner Stimme, alter. Die Stimme kratzt voll bei mir. Jawohl, wir haben es geschafft. Und wetten wir, der Buck steht dann da wieder jetzt hier draußen und sagt... Und hast du den Dolch? Und wir sagen, nein, wir haben hier nicht... Oh, das ist überhaupt nicht toll. Das ist überhaupt nicht gut. Jetzt kriegst du den Hintern versohlen. Jason Brody. Ja, what the fuck, ey. Du hast mir einen Sender verpasst, oder? Du bist mein Lieblingsschüler. Hey, lass mich einfach in Ruhe. Jetzt machst du die Ansagen? Was denkst du? Hector, sieht so aus, als hätte ich keine Kontrolle mehr. Also, bau schnell alles ab. Und dann schlitz Keith von oben bis unten auf. Warte! Warte. War was, Kunde? Du sagst, wie es läuft. Was ein kleines Arschloch hier. Hector, gute Nachricht. Ich hab wohl wieder Kontrolle. Das schon, Keith. Ja. So. Bist du mit dem Dolch schon weiter? Fast geschafft, glaube ich. Fast geschafft, Sir. Ist das dein Ernst? Na gut. Fast geschafft, Sir. Was ist ein Abfuck, Alter. Dann war das Kompass-Teil ein. Kleiner Wichser, du, ey. Sehr gut. Ich verpiss mich dann, okay? Mach's gut. Jetzt müssen wir wieder zu dem laufen. Locker, ne? Ja, sprich mit Bug. Wie konnte man's bloß anders erwarten? Alter. Ah, wenigstens ist es wo, wo wir die Kontrolle haben, hier. Können wir jetzt hier mal eine Schnellreise machen. Wenn's euch nix ausmacht, mach ich jetzt mal hier eine Schnellreise zum Außenposten da. Und ja, dann werden wir das noch machen. Dann werden wir wahrscheinlich endlich den scheiß abgefuckten Dolch haben, ne? Und dann werde ich Keith holen, auch in die Höhle bringen und dann werde ich mal endlich aufhören mit dem Zocken. Ich bin schon wieder voll am Absuchten hier, ey. Geht ja mal gar nicht. Bö, 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 bö. Was ist das? Bewegt dich in der Hocke schneller. Das mach ich jetzt gerade mal, weil Hocke brauche ich öfters, was ist das? Waffe beim Sprinten nachzuladen. Ah, das mach ich beim nächsten Mal dann. Ah, es wird. Es wird. Habt ihr gesehen? Es wird. Okay, gut. Jetzt bräuchte ich mal hier ein abgefucktes Auto. Schön, Auto. Auto, bleib stehen! Nö, bleib nicht stehen. Ah, scheißegal, da steht ein Auto. Ich brauche euch nochmal. Könnt weiterfahren. Und mich verschonen. Gut, also, wo müssen wir jetzt erstmal langfahren? In welche Richtung? Ah, geradeaus einfach mal. Einfach gerade, einfach geradeaus. Das ist ja perfekt. Ah, jetzt hab ich mich gerade an der Nase gekratzt und bin fast... Ja, wir haben das Auto nicht mal berührt und haben es schon wieder komplett richtig hingekriegt. Geil, oder? Wir sind richtig geil. So, jetzt hier zurück. Und es schafft das Auto. Das ist locker, oder? Gut. Ah, da wäre eigentlich auch schon ein Auto. Brauchst du Hilfe? Bei was bräuchst du denn du Hilfe hier, Bro? Ja, dann helfe ich halt eben nicht, Alter. Alter, halte doch mal die Klappe, ey. Ich wollte gerade helfen, ey. Entschuldigung, 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 wollte ich doch alles nicht mit Absicht. Jetzt fahren wir hier mal durch den Wald hier. Ah, schaffst du auch das, schaffst du, schaffst du. Ey, die Mucke ist jetzt... Die Mucke ist geil. Nee, kein Scheiß, die ist wirklich geil. Ich hab gesagt, das war aus Versehen, dass ich die getötet habe. Also, ja, schön hier umgefahren. Ah, fuck, man, ich fahr immer vorbei, ey. Kann man denn hier bei dem Spiel auch ein Navi einbauen oder sowas? Ja, okay, ich weiß, eine Folge heißt, ich brauch keinen. Wir brauchen keinen Navi. Ah, fuck, scheißegal, weg hier. Ey, ich bin eigentlich der Herrscher hier von den Lutscher. Alter, die drehen total am Rad ab, Alter. Wuuuuh! Scheißverräter! Scheiße! Scheiße! Ah, kacke, jetzt müssen wir hier mal schnell abdampfen, ne? Vielleicht hat nämlich keine Patronen mehr. Und die lassen irgendwie keine Patronen fallen. Jetzt sind wir für die Verräter, das ist ja mal richtig toll. Und da ist schon wieder der Kief, ey. Ey, ne, der Kief, der Bug. Oh, nö, sagt nett, ich muss jetzt nach da unten springen. Der Kompass zeigt bergab. Was? Kein Hallo? Oh, wie schade. Geschichte. Klingkongs Grab. Die Legende behauptet, dass der da voll auf Pharao machte und sich ein Grab bauen ließ, bevor Senghi kam und sein Reich einstampfte. Aber niemand wusste, wo das Grab ist. Doch, ich tippe mal. Hm? Bon voyage, Mann. Das ist immer eine richtig tolle Geschichte. Lin-Kong nehme ich an. Ist da vielleicht ein bisschen der Patronen? Alter, der kommt da nicht hoch, ne? Der muss da einen fetten Jump machen, um da hochzukommen, Alter. Was ist für ein Lutscher, ey. Doggy Bag. Pff. Pff. Wie tief geht wohl das Wasser hier, Alter? Wir müssen jetzt aber mal langsam nach oben. Alter, das war so ein geiler Jump, ey. So ein richtig geiler Jump. Ah, da ist ja schon die Höhle. Ey, das war... Oh, Alter, ich schwöre. Ey, 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 wo ist sie, wo ist sie? Ah, genau da, ey. Ich schwöre, den Platz hier merke ich mir. Mit dem Platz hier werde ich mir sowas von merken, ey. Dann werde ich hier auch mal... ...einfach so aus Spaß und Freude runterjumpen. Bestimmt cool. Aber was mache ich jetzt? Ich habe keine Patronen und so. Nix. Ah, hoffentlich sind da keine Piraten, Alter. Das gehört eh mir. Also von daher... Jetzt müssen wir noch ein bisschen nach oben klettern, anscheinend. Wir waren zu weit. Na unten. Ja, okay, da ist es ja schon. Da ist ja schon die Höhle. Du brauchst eigentlich mit dieser scheiß abgefuckten Waffe nicht rumzulaufen. Ey. Ich gehe mal nach da. Vielleicht ist da noch irgendetwas. Boah, Alter, ist der mutig, ey. In so einer dunklen Höhle würde ich hier locker niemals hingehen, ey. Alter, habt ihr das gehört? Da war ja irgendetwas. Ich schwöre, ich habe irgendwas gehört. Ich schwöre auf meine Playstation. Nö, ich hasse es, im Dunkeln zu sein, ey. Es soll ja kein Horrorspiel sein. Okay. Gehen wir jetzt mal da rein. Und schauen mal, was wir jetzt machen müssen. Hoffentlich ist das jetzt bitte der Dolch, den wir suchen. Den wir schon seit wirklich eineinhalb Stunden jetzt hier suchen. Bitte. Bitte. Bitte sei der Dolch. Bitte. Ich habe eh... Ach, scheiße. Das sind ja locker Gegner, Alter. So Piraten, ey. Wo bin ich denn eigentlich auf der Karte? Hä? Ich war hier und plötzlich hier. Geil. Geil. Und ich höre schon die Gegner. Was machen die alle hier? Hat Bug die etwa geschickt? Boah, jawoll. Boah, scheiße, Alter. Nachladen jetzt aber. Baller den scheiß Helm weg, Alter. Guck mal, die scheiß Kugel da raus. Hol die Kugel raus. Hol die Kugel raus. Jawoll. Wieder voll hier. Scheiße, ich habe keine Position mehr. Okay, gut. Geil, Alter. Aber das Blöde ist, weil... Oh, das geht ja doch eigentlich recht schnell, das Nachladen hier bei dem. Ey, da hat es mehr drauf als so von Militär so. Boah, jawoll hier. Stirb. Geil, Alter. Das Spiel ballert mein Leben sowas von, ey. Ich feiere das Spiel. Ich feiere dieses Spiel jetzt gerade so derbe brutal, ne. Nehme ich wieder hier diese Waffen hier. So, also diese Waffe hier. Was ist das? Jawoll. Jetzt habe ich mal eine schutzsichere Weste. Ist ja geil. Können wir mehr aushalten. Hier, die Patronen hole ich jetzt noch. Der sieht jetzt mal nach. Also er kommt jetzt... ...nach da oben... ...und sieht nach. Geil. Er klettert jetzt da hoch bestimmt. Dann muss ich mich beeilen. Schnell nach da unten. Wo ist denn das? Und Seilrutsche benutzen. Kann ich auch schießen dabei? Ne, anscheinend nicht. Ich bin ja oder je bin nicht noch ein, oder **gjac certain ist. Und ist nur daher logicisch. Ich bin sodass ich viel dafür. Ich bin количе. Und da bist wir entwickelt. Und da sind besser.